Hier gibt es einen Malito, Schweizer Kräuteroperativ. Wir schätzen besonders A Best of Swiss Gastro, dass wir hier unsere Kunden direkt treffen können, direkt ihre Bedürfnisse aufnehmen können, direkt reagieren können und einen direkten Input haben auch für unsere Entwicklungen, für die Zukunft. Also der Erfolgstipp für alle Gastronomen, ich glaube, den gibt es nicht. Ich glaube, wichtiger ist im Leben, wenn man vor Entscheidungen steht, dass man entscheidet. Ob der Weg dann links oder rechts geht, spielt am Schluss nicht so eine Rolle. Viel wichtiger ist, wenn man umsetzt und sein Ziel verfolgt.